oder gestalten würdet deutsche Sprache schwer ich... vom Arbeiten ist es immer so äh ich werde ihn jetzt so lassen, ich will hier nur einen Erfolg ich auch zack, ok also ein Haarschnitt, wieder die normale, weil die sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich und da ist er hallo ah, hat sich jetzt geändert hi gutes Gelingen hi das Schicksal hat euch zu mir geführt so, jetzt pass auf, jetzt hört ihr mal an hört ihr mal das Huhn an da hoffe ich jetzt nicht tiefer eingehen, sorry ähm, ich muss zum Kriegerlehrer total rage ja, dann, wieso gehst du zum Kriegerlehrer das interessiert mich nicht, ich gehe oh nein, ich hoffe es ruckert jetzt nicht weiter ein Sturm in das kackt immer ab what the fuck, wie viel ist denn hier los sag mal, hallo hi, hallo, ihr seid jetzt alle auf YouTube ich glaube, das wollte ich nicht scheiße, da hast du auch schon angefangen ja, dann mach doch mal schon mal ein bisschen und ich komme gleich nach und dann können wir noch zusammen weiter machen wieder zu weit mit den Erfahrungspunkten ja, aber du musst es machen ne, muss ich nicht ja, äh, doch äh, nein äh, doch, warte, ich hab mich verlaufen ich war so lange nicht mehr hier äh, die war zu retten das ist zwar die Erfahrungsunterschied ein bisschen hoch aber das ist eigentlich relativ, ne ja, mein Gott wir leveln eh zusammen bis er 80 ist ich meine, das können wir ja später ausgleichen offscreen fertig, ne ich gleich mal einfach aus auch wenn er jetzt mal mehr hat gleich ich's aus ich kaufe mir jetzt erstmal noch ein Wappenrock von Sturmwind äh, repräsentant und zwar habe ich auch schon, äh, wo ist Paladin? Paladin? oh Gott, sieht das sieht total scheiße aus ja, ich bin Gräuterer mit dem habe ich mir schon Schuhe gekauft für meinen Schurken du kriegst auch noch Schuhe dann muss ich nur noch Farben gehen oder wobei, ich kann diese, glaube ich, schon kaufen von den Punkten äh, Westfight so, wo das sein soll du seht mich eigentlich nicht so, jetzt gibt's PvP jetzt aber so, ich hoffe, es schreibt mich keiner an soll ich was schon machen? obwohl, ne, ich hab doch keinen nee, du bleibst auf Tank bleib auf Tank glaub mir, Tank ist einfach asozial erzählen kannst du später irgendwas skillender kannst du Sturmangriff und Abfang in Verteidigungshaltung machen das dir wiederum einen riesen Vorteil gibt du kannst slowen du hast einen Schildschlag du hast Rüstungsverlängerung wodurch dein Schildschlag noch Schildschlag noch mehr Schaden macht du hast einfach mächtig viel du hast einen Stun du hast du lernst später umwerfen das ist nochmal ein Stun du hast wahnsinnig viel einfach mh, warte, wo war nur umwerfen mhm das, boah, das nennst du später erst guck doch im Zauberbuch komm her, Coyote Schlitz, Schlitz und Schlitz und tot bist schon auf dem Weg? ich bin schon da ich bin geflogen jetzt muss ich erstmal da hinlaufen Schilde wie weit bist du hier eigentlich schon mit dem Questen? pah nicht so weit nicht so weit regeneriert alle drei Sekunden neuen Gesundheit ist zwar jetzt nicht der Burner, aber oh da würde ich mal sagen sagen Los geht's! Let's start PVP das erste Mal, dass ihr diesen Bildschirm bei mir seht äh, was ist PVP bring es an für die, die nicht wissen, was Kriegssim Schlucht ist ich will das ja näher bringen Kriegssim Schlucht ist eigentlich wie es ist Capture the Flag ich erkläre das halt weil es ein netzplay ist so ihr seht die karte hier ist horn base oben ist allianz base sieht man auch schon eigentlich an der farbe schön grün ist allianz und alles total verwüstet horde titelspiel ist es eigentlich nur fahne zu holen zurückbringen drei punkte ende im normalfall der allianz ist es so die rennt so zergen oder 2 0 und anfangen sie erst langsam an die beste laufen das habe ich einmal mitgemacht haben aber noch gewonnen mit 3 2 das hat mich ehrlich gesagt total überrascht so da ich schock bin er total hässlich ist hast du eine stoffhose ja ich habe keine andere ich war gerade im auktionshaus und freundlich gucken du arsch er hat eine stoffhose ok du bist schon ziemlich weit im questen habe ich das gefühl ne slash ich geb dir slash winken warum hat der so viel leben ok er hat account gebundene brust umhangen und kopf ach meint ihr den anderen schurken ja auch gar nicht wirklich viel mehr hat als ich 300 jahre 1007 der priester worte fahrt was wo der priester ach du scheiße ich willst den weg knippeln wenn er jetzt noch disziplin ist ne der herzlichen glühstrom da kann schon dies hat er schon sühne er bittet mich zu warten hier ich geh jetzt ein stealth man habe ich eigentlich im kopf nüß kopf nüß was kopf nüß das möchte ich irgendwie immer noch nicht wo denn die nütze kopf nüß so ist es kopf nüß da habe ich schon kopf nüß 35 energie das hat vorher 65 energie gekostet das ist verkürzt verringern können auf 27 verkürzt es kann ich ein bisschen schlecht dafür ach halt einfach deine klappe und 1100 dies klar ne so bin ich mal gespannt wenn ich könnte putze ich nach halb nackte blutelfe sehe ich am bild jetzt keine schultern und das ding ist trottel die also sozial wenn ich könnte ist asozial das stimmt so dass schulke kopf nüß ich will auch was machen ich geh zum nächsten oh ein erdafter sieg da ist ein totem ein wildes totem greift an macht das mal kaputt jäger macht das mal kaputt dankeschön weil es kann sein dass das ding mich angreift doch nein sein doch nein ja ich habe eben geangelt ich das kann lese warum nimmt keiner die flagge husselhof ich will jetzt auch mal angreifen er leckt mich danke für den angriff hier gibt es noch ein bisschen geld danke ich heute auch mal angreifen ich heute auch die fahne holen hier und so so ende wird es gibt flagge halt die klappe und lauf einfach soll ich ich mach das jetzt ganz leben ich gehe jetzt auf dem friedhof der erste der spawnt hat direkt ein deutsch im rücken aber das ist schon der andere schurke ich glaube es nicht das wird so lame ich mache es aber auf dem friedhof von der harte da komm ich hab nicht gekriegt denn das ist fehl wenn ich nicht könnte das ist mehr als fail ja komm das stimmt du los jägers op nein ok jetzt hat er mich jetzt hat er mich jetzt hat er mich nicht gekriegt denn jetzt hat er mich jetzt hat er mich scheiß von marco ja jetzt fand hier schon der parla bei uns auf dem friedhof ich glaube es nicht wo bei uns hat er warum kritisch nicht kann ja nicht sein tja jetzt bleibt stehen ja jetzt rein ich im hydrogen hinterher ich glaube ja ist klar ich stelle mich hier gerade ein bisschen fehladen herr goldig daran weil ich die ganze korngebunde scheiße ich habe ein paar lange ein hit gibt nicht auf 50 prozent bin und ich kriegte kann ja irgendwie nicht sein ein tödlicher eröffnungsangriff ja der schon gekriegtet wenigstens mit level 10 so blöde kuh er geht doch sich um armen ja deswegen sage ich ja marco ich habe einen schock am arsch und noch ein krieger ja er er Vielen Dank.